So, auf geht's mal wieder in Minecraft. So, was haben wir denn alles zu tun? Inventar erstmal gucken. Geht eigentlich... Ach, ich hab Bücher. Dann mach ich doch noch ein paar Bücherregale. Was unser Dingens endlich mal voll wird. Unser... Bibliothek. Genau, das Wort hab ich gesucht. So. Das dürfte aber jetzt reichen. Hoffe ich mal. So, Bücher rein. Zack. Ein paar Bücherregale. Und noch ein paar. So. Na, krieg ich's jetzt hin. So, passt doch. Escape. Sammle das wieder auf. So wie er sich gehört. Wie immer. So, den Samen schon wieder. Ich darf mir mal so eine Art Müllschlucker bauen. Das geht ja mal echt nicht mehr. Warte ich hier... Warte ich hier... An... Seeds hab. Braucht ja kein Mensch hier. Juhu, juhu. Es reicht. Wir sind endlich fertig mit der Bibliothek. Aber... Äh... Der Table muss hier noch rein. So hab ich hier jetzt so einen Gang. Und hier so einen. Lustig. Joa. Geht ja auch. Muss ja auch mal sein. Sowas. Hm. Bin noch am überlegen, ob ich hier weiterziehen soll oder nicht. Zumindest hier die blöde Lücke zumachen. Sieht sonst ein bisschen arg komisch aus. Zwei Bücherregale hab ich ja noch. Klatsch ich schon mal rein. Und dann guck ich mal, ob ich noch so ein Stiefchen hab. Und pflanze ich auch das gleich rein. Da haben wir's ja. Gut. Pflanzen wir das Stiefchen. Wo ist es denn? Hier ist es ja. Oh, Bäm. Passt doch. So. Jetzt muss ich nur noch mal genug Diamanten zusammenkriegen und dass ich den Table mal machen kann. So. Wolle, 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 Wolle. Gut. Weiße Wolle haben wir genug. Zumindest fürs Erste. So. Watt, watt hab ich denn jetzt vor? Das weiß keiner. Nicht mal ich. So, die Seeds packe ich hier rein. So, 33, 64. So, noch irgendwas zum hier reinpacken. Ach, die Wolle packe ich jetzt hier mal rein. Auch wenn wir unser Wollhäuschen normalerweise dafür hätten. Aber. Aber, aber, aber. Jetzt kommt das große Aber. Wenn ich's wüsste. Was ich jetzt sagen kann. Äh. Ich hab jetzt keinen Bock, dass ich hinlaufe. Um das geht's mal gerade. Ja, genau. Das war's. Das und nichts anderes. Erde haben wir wieder. Hier haben wir nix drin. Hier haben wir noch ein bisschen Gravel drin. Pack mal hier ein bisschen Erde rein. So, so, so. Gut. Was mach ich denn jetzt? Cobblestones hab ich keine. Paar Spitzhacken hab ich. Ne Schaufel hab ich. Ach, ich glaub. Die Zuckerrohrfarmen sind jetzt mal gepflegt für den Arsch. Die brauch ich ja nicht mehr. Das Buch hätte ich auch ablegen können. Aber ich glaub ich geh mal wieder hier in unser Vor-Ort. Äh. Ja. Vor-Ort. Hüllensystem. Das ist ja echt perfekt. So. Während wir hinuntergleiten, zück ich gleich mal mein Schwertchen. Nicht, dass hier irgendwas gespawnt hat. So. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Also. Hier ist mal reine Luft. Oh. Wie konnte ich diese Kohle nur übersehen? Oder diese Kohle. Oder, um ehrlich zu sein. Dann nehmen wir gleich mal ein bisschen was mit von. Nicht, dass sie uns ausgeht. Nee, nee. Ist ja doch, doch selten diese Kohle. Deswegen nehmen wir die auch reihenweise mit. So. Ach so, ich könnte wieder auf die Waffe switchen. Auf die Waffe switchen. die Musik ist nicht unbedingt vorteilhaft. Für das, dass ich hier rumschleiche. Habe ich eigentlich die Kiste ausgeleert? Ja, habe ich. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass ich hier nicht, dass ich hier Eisen übersehen habe. Wieso sagt denn keiner was von euch? Lasse ich hier Eisen in der Decke? Das ist nicht gerade wenig. So. Ich zisch mir mal ein Brot rein. So. Passt. Nicht, dass der Junge am Hungertuch nagen muss. So. Äh. Ah. Gut, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Ist ja auch toll. Ach, hier ist hier nichts. Wo ging's denn hier weiter? Das muss ich mir jetzt echt bald mal echt richtig markieren. So. Hier war's nicht. Dann war's hier. So. Glaube ich jetzt mal. Probieren wir's halt mal. Und wenn nicht, dann können wir ja nochmal umdrehen und nochmal zurücklaufen. Ihr sucht ja gern so verpeilt mit mir rum. Ja. Vor allem extrem verpeilt. So. Lauf, Junge. Lauf mal den Gegnern in die... direkt in die Fresse. So. Hier war's dann auch nicht. Hier runter. Gucken wir mal hier runter. Ach, da war ich doch gerade. Guck ich nochmal rein. Ich bin da bin ich. So. Aber jetzt, oder? Nö. Das gibt's ja nicht. Hm. Wo, wo, wo? Ging's hier weiter? Es war ein Haufen Gravel unterwegs. Guck ich mal rein. Guck mal, wo, wo? Guck mal. Guck mal, wo? Guck mal, wo? Guck mal, wo? Guck mal. Nö. Bau ich nix. Ah. Hier hört es sich richtig an. So, erst mal gucken. So. Hier mal runter. Nö, da ist nix. Da ist Ruhe. So. Ich glaub, hier bin ich mal wieder richtig. Hier war der Creeper, der mich hier zur Verzweiflung gebracht hat. Auf den Sattel braucht kein Mensch. Da unten geht's weiter. Hier rüben geht es auch weiter. Da leuchte ich lieber mal die Gegend aus. Wenn ich das hier mich überraschen will. So, Spitzhacke. Nehmen wir uns die Schienen mit. Mit dem hab ich noch lustige Sachen vor. So, Fackel. Und das Eisen natürlich mitgenommen. So. Und wenn's nur ein Block ist. Mein Block, mein Block. So. So, Fackel. Uah, Fackel. Okay, ich werd hier nie wieder rausfinden, wenn ich jetzt so weiterlaufe. So. Nehmen wir die Schienen gleich mal wieder mit. Zack, zack, zack. Die Kohle lasse ich dabei nochmal herinnen. Oh, Eisen. Sofort mal die Spitzhacke gezückt und mitgenommen. Auch wenn uns Gravel hier auf die Mütze fällt. Ich will hier hoch. Oh. Huch. Mach mal ne Fackel hin. Vielleicht verkrümmeln sich ja die Leute. Die wie hier nur Böses wollen. So, hier ist immer noch dunkel. So. Gut, so. Hier ist mal Ende. Hier ist mal ne Sackgasse. Auch wenn's hier verdächtig nach Spinnen sich anhört. Spitzhacke. So, Spitzhacke. Kohle mitgenommen. So viel Kohle werde ich nie aufbrauchen. Was hier unten schon wieder losgammelt. So. Kurz geräuspert. Mal wie immer. So, hier buddel ich mich jetzt mal nicht durch. Ja, gut, so. So krieg ich die Kohle. Ja. Definitiv. So. Pflastersteine hab ich zumindest 64 Stück. Kann ich schon mal was anfangen mit. Dachte ich's mir. Dass hier der Weg weiter geht. Mit Fackeln natürlich nicht sparen. Da spart man, glaube ich, am falschen Eck. So, da ist noch Eisen. Noch was? Nö. So, und Schienen. Die brauchen wir sowieso. Die sind wirklich extrem äh, äh, äh. Ja. Wenn man die crafted ziemlich äh, rohstoffintensiv. nö, hier ist nix. Dann mach ich hier mal einen kleinen Weg hier frei. So. Ein bisschen wat für die Übersicht. Ich will da nicht runter. Also, der Weg kann mich mal fürs Erste. Oh. Kann ich hier wieder un... So. Ich komm hier immer weiter runter. Ist ja toll. Waaah. Auch wenn ich nicht will. Ich will doch nicht. Waaah. So. So. Wie baue ich jetzt mich am dämlichsten hier runter? So ungefähr? So. Fuck off. Ihr könnt mich alle mal. Aber kreuzweise. Das ist ja riesig hier. Baaah. Und Zombie and da und auf dem Ohr. Ein Zombie am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Haha. Ich find's lustig. Eher nicht. So. Hier kann es mich mal. So. Jetzt gucken wir hier mal lang. Boah. Krass. Ja. Egal. Erstmal das hier aus der Wand geschlagen. Immer fett konkret. Wieso halte ich mich eigentlich hier mit der Kohle auf? Kann mir das jemand sagen? Ich bin einfach Rohstoffgeil. Ohne geht nicht. Kohleblock noch mitgenommen. So. Ein bisschen zugepflastert hier. Plapp. 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 So. Bamm. Baaah. Baaah. Ich geh. Ich geh lieber mal erstmal die Runde. Oder die Richtung. So. Das. Die Kohle kann mich jetzt. Nehmen wir die Schienen mit. Wie immer. So. Wer läuft denn da? Mr. Skelett. Ach. Und Zombie. Cool. Na. Komm ich nicht hin. So. Ja. Ich hab dich doch mitgekriegt. Ich mach dir sogar extra einen Weg. So. Ich mach hier lieber zu. Nicht dass ich runterfall. Ich bin immer prädestiniert dafür. Dass ich hier runterfall dann. Ich hab dich doch mitgekriegt. 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 Vielen Dank.